im Kursen kreativen Oswald und gut schwein hallo komm das funktioniert irgendwie gerade nicht hey der ist weg der kommandeblock ist weg was auch immer ich muss jetzt aber auch aufhören echt ja ich hab mal eine schule ich nicht leider will ich nächste woche hä wie füttern man die schweine denn? ich dachte rechts klick du hast nur einen na ich hab zwei ja auch, was macht man eigentlich? weil die haben glaube ich gerade keinen bock auf bunga bunga hä bei denen scharf geht's ich glaub die haben heute einfach keinen bock geht das bei scharf? geht das vielleicht bei schweinen nicht? ich bin mir sicher die ewige liebe hat das schwein äh hat das schaf jetzt zum schwein warte mal kurz ich möchte mal kurz ähm ich weiß dass wir da hinten wo eine karotte hatten ich werde jetzt das lustige machen wir haben doch noch zwei sattel oder? äh kann schon sein aber du weißt immer noch nicht aufhören muss neon er hat Lappen neu lauf lauf laufene auf doch L Nosho tour der komme ich okay alle geblieben so hochpflanzen Stimmel kommen jeden jeden dritten Dorf in der Mühle und deshalb die so wertvoller könnte ich auch verbraten verbraten lustige die Köln das wir ihnen immer lustig aber lustige den so an sich aber irgendwo Fäden da aber wo holz holz holzstäbe ich brauche nur holzstäbe Stäbe 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 wir haben keine Holzstäbe mehr willst du mich verarschen? wo bist du? hast du Holz? ja wo bist du denn? Haus wo denn? da vor der Tür gib mir mal genau einen Block ja oder so ja das ist genug da ist genug so die Schweine und ich werden jetzt viel Spess genommen aber nicht in diesem Sinne ich wollte gerade sagen ich wollte gerade sagen Scheiße wie rum macht man noch mal ne Angel äh was? wie macht man ne Angel? einer war wart was? ne Angel E. E.T.F. Ach ja genau Stöcke habe ich gerade selber noch gesagt bin ich blöd ey hey ein Angel äh Angel plus Karotte gleich Karotten Angel da war doch was oder? ja eigentlich schon äh Moment ich muss kurz was machen hm Blocks und Items Search Karot Karot on a stick warte on a stick on a stick what? achso da ist doch auch noch einmal ach zu kraftmen Scheiße also er gibt irgendwie überhaupt keinen Sinn aber egal hm hey Karot on a stick so äh äh Moment wo wo war das das will ich jetzt noch machen wo ist das? wo ist das? da ist das da ist das ich möchte wenn das klappt ist sowieso nicht aber egal ein Sattel verschwendet hey ja weißt du wie diese Karottenröten die da funktionieren? nope ich habe es gerade einmal rausgefunden ja machst du mir immer das Tor auf? what? scheiße was? scheiße man so warte wo ist das wirklich wie ich es mir vorstelle? haha das muss ich wirklich oh shit die gehen kaputt an der Zeit oh man schade na gewillt so du doofsviech hey ich laufe auf einer Karte laufe auf einem Schwein mit einer Karottenroute in der Hand das bringt irgendwie überhaupt gar nicht aber egal kann so springen sonst kann ich springen schade ja zieh dir das rein uuuh es läuft da ein wo ich sehe wo ich äh ja will dass es hier läuft aus und weise mal tja Schweine stehen auf dich wie sieht das eigentlich in third person? wow sieht das stylisch aus eine Fledermaus eine Fledermaus eine Fledermaus piep piep so das bringt es irgendwie überhaupt gar nicht was ich kann machen aber egal wie ich dir vorher sagen kann das Karottenrouten Ding geht irgendwann kaputt ist das Schlimmste kannst du mir mal in die Tür öffnen aus dem Schmerz braucht sich auch so auf auf die Schweine zu vergewaltigen mach mir mal die Tür auf nein doch mach ich ja Junge ich muss aufhören ja ok ich muss auch gleich ich fahrt gleich das Karottenroute im Arsch hu ich laufe in der Nacht kicker putter Scheißteil wo uns der Sattel ist verschwendet die kriegen wir nie wieder wieder aber egal ja aber die sind sowieso zu mir sonst nix zu gebrauchen von daher ey grauchte ist abgefressen ich fang jetzt ein Schwein nein es ist ja das Schwein verletzt mit der Angel ja jetzt komm ich will absteigen hey ich glaube ich kann das noch mehr kann ich dich eigentlich auch mit dem Angel verletzen nein das ist ein das zeigt ich habe keine Rüstung einen Spack g r was war überhaupt keine Absicht nein nein wie ich hätt das gesagt nein ach schon wieder nicht ach ah das hilft du bis zum fern so Leute haben wir müssen beendet werden das Geld zu schöner verharmt er war die Fehler muss gerade in der Zauberin ist angestorben oder ist er verschwunden ich weiß dass du da bist das die Verpackung so ist ein Verlierer die es ausmachen was so war nein warte ich will kommen ich will auch reinkommen was zur Hölle macht die Katze da die soll da sitzen bleiben bleibt da sitzen so äh ich steh dich im Fenster du Spach scheiße Moment warte nein alter wie weit ich geflogen bin Hilfe Hilfe ein verrückter verfolgt mich ja boi Alter ich bin eingezohnt warum bist du nicht immer bei den Stirn ich meinte da gehörst du hin aber Dreck ich habe Dreck geweutet mit Hörbeter auch so wie weit du fließt von Scheiße ja aber ja HAHA HAHA so was jetzt gefahren zwei scherz der Europäer so wo du mit dem Vorfeld das steht da so leute das war es jetzt weil ich muss aufhören ich auch aber Ufa, was warst du da? Weiß ich nicht. Er trägt Katze. Ey, lass die Katze, sonst fängt die wieder an Rom um zu rennen. Halt sie mit dem Sitzmodus Gurt. Oh, ich überschwemme jetzt dein Haus so hoch. Dings? Was? Nein! Ey, dann geht der Baum kaputt, lass da. Ich will auch gucken. Was? Wohin hast du das ganze Wasser gehabt? Weiß ich nicht. Alter! Ich kämpfe grad in meinem Haus. Was? Wo hast du denn was denn hingemacht? Boah, der kippt dir da mehr rein. Ich hab nur einen einzigen Dreck geblockt. Nein, der hat mir geklaut. Boah, Scheiße. Wah, ey. Boah, der holt schon wieder neu. Boah, mal gucken, wer's besser macht. Ah! Den komm mal gar nicht mehr rein, der Scheiß. Ah! Schlägt nämlich jetzt um mich. Nein! Nein! Ich komm hier nicht mehr raus! Geschieht dir recht. Ah! Bleib drin! Warte, bleib! Bleib drin! Ich hab ne hübsche Überraschung für dich! Hey, hier liegt nochmal ein Angel rum! Ich hab ne hübsche Überraschung für dich! Warte, 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 warte! Ah, shit! Warte, shit! Shit, wo ist das? Ich suche was ganz Spezielles. Eine spezielle Überraschung! Warte, wo ist die Überraschung? Da ist die Überraschung! Warte, ich muss einmal kurz runter, warte kurz! Okay. Was machst du da? Hä? Was hast du da gar nicht gemacht hast? Gar nix. Nein, ich könnte jetzt machen, aber... Ah, ich bin dafür zu riechen! Ich könnte jetzt auch folgendes machen, aber... Ich könnte jetzt ein bisschen mehr mit anzünden. Soll ich? Äh, nein. Warte kurz. Oder wenn ich Verbindung von anderen Bäumen kappe. Wobei der Baum ist eigentlich zu hübsch dafür, oder? Okay, sowas... Wenn du so weiter machst, dann wäre ich nicht mehr hübsch. Soll ich? Nein! Warum nicht? Ist doof, wenn wir das hier verbrennen. Ist übrigens schon scheiß Bisse aus, sodass kein Schwein braucht. Weil es steht dir schon wieder, dann scheiß dir ja schon mehr. Du weißt schon, wie die Katze da drin steht, ne? Was? Moment, warte, dass wir nicht sehen! Warte, warte! Warte, 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 warte! Boah, ey! Die steht da gerade drin, ich wollte dich nur ablenken. Das war mir komplett... Das war mir eigentlich klar, aber egal. Scheiß, das brennt immer noch. Wahrscheinlich fackt gleich unsere ganze Bude, aber egal. Ey und, du liest doch gar nicht an mir her, was? 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 Du willst mich nicht töten! Scheiß, das geht nicht! Warum brenne ich? Boah, du Arsch! Ah, hilf mir, ich brenne! Wie viel Leben hast du noch? Ich glaube, ungefähr die Hälfte. Scheiße. Ich mach hier grad voll Deathmatch, aber egal. Ich bin weg! Oh shit! Was denn? Ich hab... Nein! Ich falle! Ich... Tod. Ich hab mich nach 300, 300, 300 TP aber vergessen, dass die letzte Koordinate etwas hoch ist. Oh, Moment, das war nicht. Moment, was ist die X-Koordinate? Alter, der Baum brennt! Moment, was? Der Baum brennt, wo das Wasser drin war! Im Ernst? Nee! Du Jünter! Guck mal her! Ja, ich bin grad am Sterben! Wo brennt der? Scheiße! Lösch der Teil, schnell! Hä? Lösch der Teil! Wie soll ich das löschen? Moment, du hast den angezündet, oder? Nein! Scheiße, lösch die anderen Bäume wenigstens, ey! Schnell! Nein! Scheiße! Hahaha! Irgendwie muss das passieren, oder? Das ist so! Ich kann mich nicht dran erinnern, den angezündet zu hoffen! Scheiße drauf! Scheiße, warum müssen wir den ganzen Kisten? Ey, scheiße, ich komm mal ganz im Wasser runter! Oh, Scheiße, aber nee, doch nicht! Oh, nö! Oh, nö! Ah, der Stein verbrennt ja nicht! Das müssen wir aber später als abreißen, das ist dir bewusst, oder? Nein! Ist der Stein gab es mal brand? Nein, aber so ein bestimmtes Holz-Ding! Scheiße! Wobei, wir könnten das eine Ruine stehen lassen! Oder? Ja! Sieht zwar schon echt scheiße aus, aber wir können es erst mal tun! Und das, liebe Kinder, kommt immer raus, wenn man eine Scheiße im Kopf hat! Ja! Das ist so! Nee, das ist aber wirklich aufhören, ne? Ich glaubst du! Ja, Leute, dann, äh, ciao, ciao, Bella, und so! Tschüss! Ciao!